hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft planet folge sieben bereits das tolle haus angefangen werde ich denke ich fertig stellen weiß ich noch nicht ob es fertig wird aber und ich mach mal erst den boden ich habe mittlerweile aufgewertet so ich habe jetzt zwei bildschirme das ist heftig krass also das heißt zwei bildschirme ich habe meinen laptop den ich mit meinem pc bildschirm heißt ich kann einfach mal ebenso auf meiner bildschirm switchen mit dem mauszeiger und ich habe auch jetzt mein mikrofon verbinden können weil ich brauchte noch ein adapter und ich habe keinen gekauft jetzt habe ich einen gekauft weil es ähm ja hat nur mein laptop hat nur ein anschluss für headset und mikrofon gleichzeitig kann man nur kopfhörern machen weil mikrofon funktioniert da drin nicht keine ahnung aber jetzt habe ich einen adapter gekauft und jetzt kann ich da kopfhörer und mikrofon entschließen oh nee es wird dunkel die spinne die in der letzten folge mich genervt hat sie ist ja immer noch am nerven geil so spitze ja ja alles spitze hier absoluter wasser absoluter wasser absoluter wasser ist mein hart verbaut nice ja ich will mal eben was ausprobieren ich will mal eben was ausprobieren schön boah ist das nicht toll leute boah ist absolut wahnsinn das ist das nicht schlafen bitte 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 nein kacke ja auch gott die ist dazwischen furcht am bau ich hätte dazu bauen sollen ah jetzt können wir auch noch monster rein ach man ist mich doch in ruhe da ist ein creeper drin gespawnt nein oh man fuck Leute Hilfe erst mal erst mal schlafen hey endlich habe ich auch den timer im blick durch den zweiten bildschirm der war sonst immer außerhalb des bildschirms und musste ich raus tappen aus dem spiel und jetzt kann ich einfach jetzt kann ich einfach ja guck ich aber der rechte oder ich sei bei der timer wo ist ich denn was also was so sie ich hatte ja ich weiß ich hatte so also er werde es leben das ist das scheiß aus schon hab schon geile häuser gebaut muss ich muss ich sagen pack die wix du hast du doch schon ein bisschen schmicker aus Siedeln wir uns überhaupt. So, mach ich hier noch. Da geht's dann. So. 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 Ja. Hopp. So. 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 Mhh. Kacke. Ich glaube, heute kommen vielleicht mehrere Folgen online. Es kann sein, dass heute sogar die sechste hochgeladen wurde, ja, und die hier jetzt auch noch heute kommt. Mal gucken. So, die Kohle kommt da rein. Bye, bye. Hi, altes Home. Hallo, nice, zu Hause. Ja. Ja, das könnte vielleicht auch nochmal einen kleinen Kontrast prägen. Mach ich das. Muss ich leider auch, äh, pfuschen. Mit denen geht das leider nicht. Wer gießt den? Da sieht das nicht gut aus. Aber... Aber... Sehr fürkehle ich. Allere steht. furcht bitte reicht das bitte 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 ja reicht safe schreibt sie in die kommentare wird das reichen oder nicht denkt ihr das recht gut jeder der hat gesagt nee hatte recht bin klug ja ja so jetzt brauche ich noch eine tür die mache ich aber aus wo es wurde weil diese Woche schnicker aus ich mag die ich merkte sehr gerne zur Tür Prozent alles ist so weit fertiggestellt finden auch das glas und holen wir mal Sand das dürfte ja kein Problem sein wenn wir in diese Richtung gehen und dann links abbiegen ja ja äh anders happy so was so was was das okay dann ich ein bisschen sein muss sein meine schaufel ist kaputt egal ein halber stick dürfte reichen ja recht auf jeden dann habe ich ja vielleicht noch ein bisschen über das glas ist fertig das hier war toll 1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ich hab richtig gezielt das ist fertig party jetzt gehen glas ist noch über kuba leute ich werde jetzt die tollste abbeurte der welt machen äh 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 so äh ha 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 tschieß leute äh 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 äh